Moin Jungs, da bin ich wieder. Na, wie geht's euch? Wir sind jetzt auf jeden Fall bei der 13. Mission von der Criminal Mastermind Challenge. Wenn wir diese jetzt erfolgreich abgeschlossen haben, dann haben wir Halbzeit erreicht. Und dann haben wir schon die Hälfte von den 10 Millionen fast schon in der Tasche. Naja, wollen wir mal sehen. Bei dieser Mission geht es ja darum, die Wachen und die Wissenschaftler lautlos auszuschalten. Es gibt ja normalerweise keinen Schusswechsel oder sonst irgendwas. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, jetzt nicht das schwere Gefecht anzuziehen, weil wir damit langsamer sind beim Laufen. Sondern ganz normale Klamotten, weil es spielt ja bei der Mission ja keine Rolle. So, ich werfe jetzt noch kurz einen Blick auf die Statistik, ob auch alles passt. Auszeichnungen, Raubüberfälle. Geil, geil, wie es aussieht. Ich spüre die 10 Millionen schon förmlich in meiner Hand. Ich hoffe jetzt nur, dass wir es jetzt nicht verkacken werden, weil so weit wie wir jetzt gekommen sind, waren wir bisher noch nie. Aber die Human Labs, das ist so ein Heist, wo volle Überraschungen steckt. Weil wir sind öfters gestorben, als wir dachten. Also wir hatten ja schon Probleme mit der Zugangscode, also mit der ersten Mission, wo der Dave einfach alleine vorgefahren ist und der Björn und der Daniel hinten alleine sich durchkämpfen mussten, ohne dass wir darauf eingestellt waren oder dass wir uns vorbereitet haben. Dann ging es ja dann weiter mit dem Insurgent, wo die Videodatei defekt war. Dann hatten wir unseren dritten Fail bei der Hydra. Dann hatten wir einen weiteren dritten Fail bei der Hydra. Aber ich habe jetzt nicht gestorben, sondern nur die Hydra wurde zerstört. Und in meiner letzten Mission, also in meiner letzten Mission, wo ich gemacht habe, die Valkyrie. Auch dort wurde die Valkyrie zerstört. War zwar kein Fail, aber auch dort haben wir es verkackt. Ja, und jetzt gucken wir mal, was heute passiert. Wir fahren jetzt auf jeden Fall auf Human Labs zu. Kurz vor dem Punkt wird nochmal kurz eine kleine Videosequenz eingeblendet, die man leider nicht überbrücken kann oder wegdrücken kann. Ja, müssen wir uns die halt kurz anschauen. Ich spule ein bisschen vor. So, jetzt kann es losgehen. Wir haben genau 10 Minuten Zeit für diese Mission. Normalerweise reicht es locker. Wir bringen erst die zwei vorne an der Pforte um im Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer und kämpfen uns dann systematisch nach vorne. Der Insurgent, der uns nachher entgegenkommt, da vor dem verstecken wir uns, den bringen wir nicht um. Einfach um nicht zu riskieren, dass wir entdeckt werden. Ungefähr zwei Minuten später sind wir jetzt hier an dieser Stelle. Ich kümmere mich um die, links um die zwei Wachen und ich weiß gar nicht, wer neben mir steht. Kümmert sich auf jeden Fall um die Wissenschaftler. Und das hat natürlich wieder nicht geklappt. Wunderbar, ich liebe Human Labs. Es läuft wie Drecksau. Und das Schockierende daran ist, ich, ich habe es ausgelöst. So ein Geschiss, das kann es gar nicht sein. Nichtsdestotrotz geht es jetzt hier weiter. Wie eben schon erwähnt, erst die zwei Wachen vorne umbringen. Dann laufen wir über die Pforte hinten rein und lassen erst mal den Insurgent vorbeifahren. Weil, klar, man kann ihn auch erledigen, kann auch nichts passieren. Aber das Risiko ist doch immer noch zu groß, dass der doch Alarm auslöst und wir das nochmal spielen müssen. Von dem her lassen wir ihn vorbeifahren. Warten kurz die Zeit und lang geht es auch richtig los. Die passende Waffe jetzt noch auswählen. Nicht das schwere Scharfschützengewehr, weil das hat keinen Schalldämpfer, sondern das normale Scharfschützengewehr. Was wir festgestellt haben, man muss jetzt nicht unbedingt einen Schalldämpfer drauf haben. Wenn man die Mission startet, hat jeder beim normalen Scharfschützengewehr automatisch einen Schalldämpfer drauf. Ich weiß nicht, ob das im Nachhinein kam oder ob das von Anfang an schon so war. Oh Gott, ey! Drei Schüsse und nicht eingetroffen. Ich mit meinem Power-Aiming, also mit dem Deathmatch, sieht es nicht besser aus. Ja, also der Björn und ich, wir kümmern uns um die rechte Seite, während Daniel und Dave nach links gehen, um dort die mittleren Wachen auszuschalten. Weil wir uns jetzt ein bisschen aufgeteilt, dass es erstens schneller geht und zweitens, also einer schafft es in der Regel zwei Leute gleichzeitig zu töten, ohne dass Alarm ausgelöst wird. Vorausgesetzt, man trifft auch. Das haben wir jetzt genauso wie davor nochmal probiert. Ich kümmere mich um die zwei Leute, die am Auto stehen. Der Björn kümmert sich währenddessen hinten um die zwei Wissenschaftler. Und irgendwie, diesmal sieht es besser aus. Ich schleiche mich jetzt da noch schön hin. Wir zählen runter. Und go! Eins, zack, zwei, Björn den ersten, zack, Björn den zweiten. Perfekt, beide abgeschossen. Beim Björn merkt man halt, wer der Endgegner ist, ne? Ist ja bekannt. So, während der Dave und der Daniel auch vorne sind, kommt der Björn und ich jetzt vom langen Gang um die restlichen, ja, ich weiß gar nicht, zwei, drei, Leute noch abzuschießen. Da haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass sich jeder einen nimmt, außer der Daniel. Der wird den umbringen, der am Schluss jetzt noch lebt, falls einer von uns nicht getroffen hat. Jetzt machen wir noch hier das Scharfschützengewehr aktiv. Nehmen die Leute in den Visier. Jeder hat sich einen rausgesucht, was wir uns auch davor abgesprochen haben. Und zählen wieder runter. Zack, zack, zack. Alle weg. Wunderbar. Ja, ich renne zurück und hole den Insurgent. Eigentlich hätte ich, oder hätten wir ihn gleich reinfahren. Können und uns dort dann verstecken. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Kann man aber machen. Solange ich jetzt den Insurgent hole, möchte ich an der Stelle jemanden ganz spezielles grüßen. Und das ist unser Radioactive. Mit dem habe ich Human Labs die Mission zum ersten Mal gespielt an dem Tag, wo, oder einen Tag später, als die Heists rauskam. Als noch keiner wusste, wie die Mission ablaufen, wo es noch keiner gespielt hat oder noch keiner durchgespielt hat. Und da habe ich mit Fabi die Mission zum ersten Mal gespielt. Und es ist so ein brutaler Killer, unser Fabi. Der hat auch zum ersten Mal, oder es war einer von den ersten vier, die die Mastermind Challenge geschafft haben bei uns in der Crew. Und der Fabi ist da durchgerannt bei dieser Mission und hat wirklich alleine alle umgebracht, ohne den Alarm auszulösen. Also wir standen einfach nur oben und haben ihm zugeschaut. Es war, es war der Hammer. Es war so geil von Fabi. Also mein größten Respekt an ihn. Inzwischen ist ja bekannt, dass man, oder wie man es schafft. Aber das am ersten oder am zweiten Tag nach den Heists, sowas hinzukriegen, Hammer. Wenn ich gerade am Grüßen bin, dann möchte ich noch den Kevin, den Felix auch noch grüßen. Und auch hier nochmal meinen Glückwunsch aussprechen, da ihr die ersten in unserer Crew waren, die die Mastermind überhaupt erfolgreich bestanden haben. Und es war auch kurze Zeit später, nachdem überall zu lesen waren, hey, die ersten Leute haben die Mastermind Challenge geschafft. Das war ja über den News zu lesen auf irgendwelchen GTA oder PS4 oder Spiele-News-Seiten, war das ja überzulesen, der Bericht. Und kurz danach haben es auch wir geschafft, also die vier Leute aus unserer Crew. Ja, so viel dazu. Während ich dann auch den Insurgent schon in die Garage gefahren habe, oder ihn geholt habe, haben die anderen schon angefangen zu hacken. Das spart natürlich auch wieder Zeit. Und wir sind jetzt bei 5 Minuten 30. Sieht eigentlich alles gut aus. Wir fahren jetzt noch, ja, diesen, ich weiß gar nicht, wie das Fahrzeug heißt. Mule oder sowas. Ja, ist ja egal. Wir fahren auf jeden Fall mit dem Fahrzeug raus. Verhalten uns relativ unauffällig, während die anderen Insurgents uns entgegenkommen. Und dann haben wir es an dieser Stelle auch schon wieder geschafft. Wenn wir jetzt nicht sterben, dann haben wir die Halbzeit erreicht. Das kribbelt mich schon ein bisschen. Aber dürfte jetzt nichts mehr passieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst einen Daumen da. Schreibt das in die Kommentare. Wie ihr wisst, ich beantworte alles so gut es geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, macht's gut. Ciao, ciao. So, ciao. So, ciao. So, ciao. So, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020